Köln, Pietro Lombardi, 31, war jüngst wieder einmal in Plauderlaune und wollte seinen Fans wohl eigentlich nur einen ausführlichen Bericht zu Sönchen Leano, 1, liefern. Dabei verrät der Sänger jedoch ganz nebenbei, wie es um die Beziehung zu seiner Laura Maria Rüpper, 28, steht. Dass Pietro und Laura in der Vergangenheit eine eher turbulente Beziehung geführt hatten, ist kein Geheimnis, denn das Paar gab sich mehr als einmal den Laufpass, um sich kurz darauf wieder zu versöhnen. Seit Bekanntgabe der Schwangerschaft mit Sönchen Leano scheint sich die Beziehung der beiden jedoch deutlich gefestigt zu haben. Bei machte seiner Laura nicht nur einen Heiratsantrag, den die Influencerin gerührt annahm, zurzeit erwartet das Paar sogar zum zweiten Mal gemeinsamen Nachwuchs. In einer Fragerunde ging der baldige Dreifach-Papa nun tatsächlich noch ein bisschen näher darauf ein, wie es zurzeit mit seiner Liebsten läuft, dabei ging es eigentlich um den kleinen Leano. Bayer hatte seine rund zwei Millionen Instagram-Fans am Sonntagabend nämlich zu einer Fragerunde eingeladen und innerhalb dieser auch fleißig hinsichtlich der Entwicklung seines, noch, jüngsten Sprösslings aus dem Nähkästchen geplaudert. So hatte der Sänger nicht nur verraten, dass sein Sönchen ein absolutes Mama-Kind sei, sondern auch, dass Leano im Großen und Ganzen ein glückliches Kind ist. Das war allerdings noch nicht alles. Pietro Lombardi betont, Leano spürt die Harmonie zu Hause denn weiter offenbarte bei, dass der kleine Erdenbürger viel am Lachen sei, er merkt die Harmonie zu Hause, wie Palfa riet. Durch die Blume betonte der 31-Jährige damit auch, wie gut die Stimmung im Hause Lombardi-Röper derzeit ist, was wohl nicht zuletzt am kleinen Sonnenschein Leano liegen dürfte, der seinen Eltern jeden Tag aufs Neue ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Bis die kleine Familie um ein weiteres Mitglied wächst, dauert es nur noch ein Weilchen, denn Laura dürfte noch ganz am Anfang ihrer zweiten Schwangerschaft sein. In welchem Monat die 28-Jährige dabei genau ist, hat das Paar bislang zwar noch nicht bekannt gegeben, Beiversprach in seiner jüngsten Fragerunde jedoch, ich denke, Laura wird euch bald sagen, wie weit sie ist.